Hallo, Internet. Danke fürs Reinschauen. Heute geht es um die Compliance-Risikoanalyse und zwar die Compliance-Risikoanalyse für Startups. Startups haben andere Probleme als die großen internationalen Konzerne wie z.B. Daimler, BMW, Audi oder Siemens. Dort hat man große Compliance-Abteilungen und Spezialisten und Startups sind komplett anders organisiert. Sie haben flache Hierarchien, agile Prozesse und wesentlich weniger Mitarbeiter. Dieses Thema hatte ich im Sommer dieses Jahres beim Gründercamp im Link Landshut angesprochen und vorgestellt und da habe ich Lisa kennengelernt und wir haben gedacht, darüber können wir gemeinsam ein Video machen. Hallo Lisa. Hallo Andreas. Vielen Dank für die Einladung. Könntest du dich kurz den Zuschauern vorstellen? Dankeschön. Mein Name ist Lisa Marie Alt. Ich bin selbstständige Immobilienmaklerin hier in Niederbayern und Oberbayern und wie Andreas schon sagte, wir durften uns kennenlernen im Linken Landshut im Gründercamp. Genau und in diesem Video soll es also darum gehen, die Compliance-Risikoanalyse für Startups. Ich habe mir deine Vorträge angehört, auch auf YouTube die Videos angesehen und am Ende habe ich erst verstanden, was die Compliance ist. Magst du uns erklären, bitte, was ist die Compliance? Also Compliance, wenn man es ganz kurz auf einen Punkt bringen will, ist die Einhaltung geltenden Rechts und die Beachtung ethischer Maßstäbe im Geschäftsverkehr. Also das ist mir besonders wichtig, wenn man sich zum Beispiel anguckt, diesen Skandal, der bei Tönnies war mit den Leiharbeitern und alles. Die hatten dann im Grunde genommen immer so 49 Mitarbeiter in eine GmbH gesteckt, um eben gewisse Arbeitsschutzmaßnahmen umgehen zu können. Es war keine Umgehung, es war rechtlich in Ordnung, aber ethisch ist es ihnen auf die Füße gefallen und das ist eigentlich der wesentliche Punkt. Bei Compliance geht es nicht nur darum, jetzt strikt das Recht einzuhalten, sondern sich auch an ethische Maßstäbe im Geschäftsverkehr zu halten. Aber als Beispiel, was ist denn, wenn ein Unternehmen sich nicht um Compliance kümmert? Was passiert, wenn ich Non-Compliance im Unternehmen habe? Genau, das ist ja dann eigentlich so der Knackpunkt. Daran erkennt man ja, wozu man es braucht. Also Non-Compliance ist das Gegenteil von Compliance. Also ich halte mich nicht ans Recht oder ich verletze ethische Maßstäbe. Und das hat eine Vielzahl von Folgen. Erstmal für das Unternehmen selbst. Also fangen wir ganz einfach an, wenn ich zum Beispiel ein Produkt herstelle, das kaputt ist, dann ist es ja rechtlich nicht in Ordnung. Beispiel Handys. Ich verkaufe alte Handys, die keine Updates mehr kriegen. Dann habe ich einen Verstoß gegen die Update-Pflicht. Und das hat seine Konsequenz. Die Konsequenz ist erstmal Mangelgewährleistung, Schadensersatz im Einzelfall. Aber stellen wir uns was Schlimmeres vor. Stellen wir uns vor, die Firma besorgt sich Aufträge zum Beispiel durch Bestellungen. Ja, was ist da die Konsequenz? Die Konsequenz ist ein Riesenskandal. Und, naja, also die Aufträge gehen verloren. Man wird ausgeschlossen von öffentlichen Ausschreibungen. Und im schlimmsten Fall, ja nicht nur im schlimmsten Fall, sondern es gibt Strafverfahren. Und die Strafverfahren treffen nicht nur das Unternehmen, sondern auch die, die für die Einhaltung des geltenden Rechts oder moralischer Maßstäbe verantwortlich sind. Und das sind die Inhaber, die Gründer, die Geschäftsführer. So wie du das jetzt erklärt hast, Andreas, heißt das, ich könnte mein Unternehmen im Vorhinein schon schützen? Ja, und das sollte man auch tun. Also es ist tatsächlich eigentlich wichtig, dass man Compliance organisiert, dass man, oder um es jetzt mal mit deutschen Worten zu sagen, dass man sich darum kümmert, dass das Recht, das gilt, eingehalten wird und, ja, dass man auf sich wie so ein ehrbarer Kaufmann ordentlich verhält. Andreas, jetzt hast du uns erklärt, was ist Compliance? Und was tue ich im Falle von Non-Compliance? Aber was ist denn die CAA? Die CAA, das Compliance Risk Assessment oder auch die Compliance Risikoanalyse auf Deutsch, das ist der Kernbestandteil des aktiven Compliance Managements. Also das aktiv dafür sorgen, dass das Unternehmen die Vorschriften einhält oder auch sich ethisch verhält. Es ist ja nun so, dass wir einen ganzen Wust von Vorschriften haben, vom Rauchverbot in der Nichtraucherzone am Bahnhof bis hin zu, ich brauche eine Kryptoverwahrlizenz, als wenn ich zum Beispiel Kryptodienstleister bin. Das hat aber unterschiedliche Folgen. Im einen Fall kriegt einfach der Mitarbeiter ein Bußgeld, wenn überhaupt, und im anderen Fall ist das ganze Geschäftsmodell des Startups kaputt, weil wenn ich eben eine tolle technische Idee realisiere, die dann aber eine Banklizenz benötigt und ich habe sie nicht, dann stellt mir die Bank ja, die Bankaufsicht ja den Geschäftsbetrieb ein. Und die Compliance-Risikoanalyse kümmert sich genau darum herauszufinden, welche Risiken gibt es und wo sind sie am größten. Und sie erlaubt deshalb dem Unternehmen oder dem Gründer gleich von vornherein zu erkennen, da muss ich darauf achten, das ist top wichtig, dass ich das nicht falsch mache. Du redest hier ganz oft von Startups. Heißt das, im besten Falle würde ich dich bei der Gründung schon hinzuziehen? Je nachdem, was man vorhat. Also Startups machen ja was Neues, entwickeln neue Ideen. Und viele Startups sind technikgetrieben. Und der Punkt ist dann eben der, du brauchst irgendwie zwei Jahre, drei Jahre, bis du überhaupt weißt, ob deine Geschäftsidee am Markt ankommt. Und so lange wirst du in Ruhe gelassen. Aber wenn du gerade Erfolg hast und dann werden die Wettbewerber auf dich aufmerksam und mahnen dich ab wegen einem Wettbewerbsverstoß oder Verstoß gegen Markenrechte oder die Datenschutzbehörde findet dann raus, dass du Datenschutzverstöße begehst oder die Bankaufsicht kommt und sagt, nein, du hast die Lizenz nicht, die du brauchst, dann machen wir dir den Laden zu. Und du hast im Prinzip drei Jahre umsonst gearbeitet. Und das ganze Geld, was du reingesteckt hast, ist ja dann futsch. Also tatsächlich ist es so, dass es super sinnvoll ist, bei innovativen Ideen, also bei Startups, vorab eine Compliance-Risikoanalyse zu machen, weil dann kannst du ja die Probleme praktisch an der Wurzel bekämpfen und einbauen. Und das habe ich tatsächlich auch mit einigen Startups so durchgezogen, dass wir eben gesagt haben, okay, die und die Punkte muss man einbauen in die Prozesse, dann sind sie compliant und dann gibt es kein Problem. Wie setze ich das denn deiner Erfahrung noch praktisch um? Die Umsetzung in Startups, und das ist mir besonders wichtig, ist anders als bei Großkonzernen. Also hier geht es nicht darum, ein Bürokratiemonster aufzuziehen, sondern bei Startups muss es anders umgesetzt werden. Bei Audi oder bei Siemens, da sind vielleicht tausend Leute in der Compliance-Abteilung und die wissen genau, wo sind die Probleme und deswegen kennen die auch alle Vorschriften im Detail. Und interessanterweise übrigens hat den Dieselskandal bei VW die ganze Compliance-Abteilung trotzdem nicht verhindert. Denn die haben das Problem, nicht zu wissen, was ist das Recht, sondern die haben das Problem, das flächendeckend in die Mannschaft zu bringen. Das heißt, die leben von Arbeitsanweisungen, von Vorschriften, von Kontrollen, von Überwachung. Bei Startups ist das anders. Startups, wie gesagt, die leben vom Gründer. Der Gründer, der hat ja Kontakt mit seinen Mitarbeitern, das ist eine überschaubare Geschichte. Und das heißt, die Kultur, die der Gründer praktisch setzt, also ob er sich zum Beispiel zu Compliance bekennt und sagt, wir wollen nicht nur wirtschaftlich erfolgreich sein, sondern wir wollen auch sauber und ethisch sein. Und sein Problem ist dann aber, kenne ich überhaupt alle Vorschriften. Und deswegen spielt eben die Compliance-Risikoanalyse bei Startups eine ganz andere Rolle als bei Großkonzernen. Bei Großkonzernen dient die Compliance-Risikoanalyse dazu, zu gucken, wo muss ich denn kontrollieren? Weil die Vorschriften, die gibt es, die müssen nur eingehalten werden. Bei Startups dient die Compliance-Risikoanalyse dazu, dass der Gründer oder der Geschäftsführer weiß, Darauf kommt es an und da muss ich bei meinen Mitarbeitern darauf achten, dass sie das nicht falsch machen. Dass wir keine Aufträge durch Korruption gewinnen oder dass wir auch keine Umweltverschmutzung begehen. So was. Aber jetzt habe ich doch noch eine Frage, Andreas. Weil mal angenommen, ich gründe jetzt ein Startup. Wie setze ich das denn praktisch um? Schritt 1 ist Risikoidentifikation. Das ist so ein kreativer Prozess mit verschiedenen Möglichkeiten. Man macht Workshops etc. Und da finde ich erstmal raus, welche Risiken gibt es überhaupt? Klar, da vergleicht man anhand von Produkten, von Märkten, von Dienstleistungen und auch von Rechtsordnung, wenn ich grenzüberschreitend tätig bin, vergleicht man, welche Vorschriften gibt es überhaupt? Im zweiten Schritt kommt dann die Risikobewertung. Und da guckt man sich an, jetzt ganz konkret auf das Unternehmen geschaut, wie wahrscheinlich ist es, dass ich einen Verstoß habe und wie stark wirkt sich dieser Verstoß aus. Und aus dieser Sache leitet man dann gewisse Maßnahmen ab. Also jetzt wieder Beispiel, Updatepflicht bei Handys. Ja, ich muss eben gucken, dass ich, wenn ich Handys verkaufen will, dann muss ich gucken, dass ich schon beim Zulieferer vereinbart habe, dass der auch Updates bereitstellt. Und schon ist das Risiko natürlich ein ganz anderes, als wenn ich einfach nur die Billigdinge aus China kaufe und dann irgendwie auf den deutschen Markt bringe. Und im dritten Schritt, das ist dann die Überwachung und Kontrolle, dass man eben wirklich guckt. Also ich habe das nicht nur auf Papier aufgeschrieben, sondern ich kümmere mich auch darum, dass das tatsächlich gelebt wird. Und das ist praktisch dann die Wirksamkeit sicherstellen. Und jetzt mal als Fallbeispiel, wenn ein Startup neu gründet, kann sich denn ein Kleinunternehmen in der Gründungsphase deine kompetente Beratung schon leisten? Also auf jeden Fall. Und das hängt schon damit zusammen, dass ich mich für Startups interessiere und die neuen Geschäftsmodelle. Und wie gesagt, mich interessiert Internetrecht, mich interessiert Kryptotechnologie, mich interessieren diese ganzen Themen. Und tatsächlich berechne ich meinen Stundensatz an der Stelle, wo wir wissen, wir haben tatsächlich ein Projekt, das wir gemeinsam machen wollen. Also wenn wir zum Beispiel dann sagen, wir machen mal einen Tag lang einen Workshop für die Compliance-Risiko-Identifikation oder ich soll mal die Compliance-Risiken aufzählen, die man zur Grundlage für so einen Workshop macht. Das sind ja Sachen, die sind in ein, zwei Stunden gemacht und da profitiert dann das Startup praktisch von meiner Erfahrung und dass ich relativ sicher weiß, wo sind denn die Fallstricke, mit denen man rechnen muss. Und dann muss man ja auch am Schluss eben eins sagen, Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Und wenn man eben, sag ich mal, 200.000 Euro in ein Startup investiert hat und dann wird es einem zugemacht vom Staatsanwalt oder von der Bankaufsicht, dann hat man ja auch nichts gewonnen. Dann hätten wir besser mal 2.000 Euro in die Compliance-Risikoanalyse investiert. Ja, vielen Dank, Lisa, dass du dir die Zeit genommen hast. Das ist jetzt das erste Mal, dass ich echt Feedback kriege zu dem Inhalt meines Kanals. Und das ist also wirklich toll, dass du die Fragen gestellt hast und mir auch mal Gelegenheit gegeben hast, die Fragen auch zu beantworten. Vielen Dank, Andreas. Es hat mir sehr viel Freude bereitet. Und nun bin ich auf jeden Fall auch Wissende. Okay, also das war es dann also für heute. Erstmal vielen Dank auch an Markus für die Kamera. Falls euch dieses Video gefallen hat, gebt ihm ein Like, abonniert den Kanal, empfehlt es weiter und schaut auch das nächste Mal wieder rein, wenn ich über Compliance ein Video mache. Tja, das war esst orgasm? Untertitelung des ZDF, 2020